Vielen Dank für die Information. Und ja, wenn Sie ihn sehen, dann im Krankenhaus, alles Gute auch von uns, von Telekom Eishockey. Ein Offenlexig, 19. März. Genau, das spätestens. Dankeschön. Danke, Jason Dunham. Einfach das Mikrofon weitergeben. Wir machen nämlich einen fliegenden Wechsel hier bei uns im Studio. Und jetzt begrüße ich Markus Böhm bei mir, der unter anderem dafür verantwortlich ist, beim Stammverein EHC Straubing für eine besonders interessante Initiative zu sorgen. Ein Projekt, das nennt sich Sterne für den Nachwuchs. Markus, können Sie uns vielleicht ganz kurz erklären, worum es da genau geht? Ja, es geht darum. Es gibt ja das Fünf-Sterne-Programm. Und wir als Stammverein der Straubing Tigers sind für die Nachwuchsarbeit zuständig. Nachwuchsarbeit kostet Geld. Und wir haben jetzt mit dem Crowdfunding unserer hiesigen Volksbank die Möglichkeit, mit kleinen Beträgen größere Summe zu sammeln. Und jeder, der möchte, kann mit einem Beitrag ab 5 Euro dieses Crowdfunding unterstützen. Und die Volksbank legt dann für alle 5 Euro oder höhere Beträge nochmal 5 Euro drauf. Also Crowdfunding für die Menschen, die das vielleicht noch nicht gehört haben, bedeutet einfach, jeder kann Geld spenden, der Lust und Laune hat. Genau, jeder, der Lust und Laune hat, kann spenden. Entweder hier im Stadion oder auch auf der Homepage der Volksbank Straubing. Und es wird benutzt für die Kids, für die Jugendlichen. Wie viele sind hier im Eisstadion, am Pulverturm, normalerweise im Einsatz? Wie ist da so das Laufschulen-Mannschaftsverhältnis? Also wenn wir von der Laufschule und allen Mannschaften rechnen, haben wir wöchentlich 200 Kinder auf dem Eis. Das ist nicht wenig. Für eine Stadt wie Straubing mit Landkreis ist es enorm viel. Und wenn die Kohle, so möchte ich es mal sagen, beisammen ist, dann ist auch erstmal mit dem Projekt wieder Schluss. Oder ist das auch was, wo Sie merken, das läuft gut, das werden wir in der Zukunft vielleicht auch wieder an den Start bringen? Das ist jetzt ein erster Testballon. Wir starten mit 7.500 Euro, die wir zusammen bekommen möchten. Und wenn das gut funktioniert, dann gehen wir in die nächste Runde und werden die Summe etwas erhöht. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall erstmal viel Glück. Danke für die Information, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, dann hören wir natürlich gerne zu. Danke Markus Böhm und jetzt hören wir gerne weiter zu, wenn Rick Goldmann und Basti Schwele am Mikrofon ein bisschen aufzelebrieren. Es gibt eine Menge, vielleicht auch noch eine Menge Tore mit euch. Wir freuen uns auf die letzten 20 Minuten. Neun Stück haben wir schon gesehen. Was kommt noch? Ab geht's!